Oh, ich hab grad, ich hab grad Dings gesehen von, ähm, Joson, das hat dann seinen Statusrat reingepackt. Ähm, what if at the end of your long life, after you've drawn your last breath and faced out of reality, the next thing you see is this message. You can now play as Luigi. Dann gehst du einfach zu den Grab deiner Eltern hin und sagst so, Luigi time. Weiß was belastend wäre, wenn man einfach, wenn man einfach, also, wenn Re-Kana-Rekarnation wirklich existiert. Ihr sollt, ihr sollt, nehmt den schon auf, ich hoffe nicht. Oh, doch, ich nehm schon auf. Ah, schön. Glück als der heute Folge von Physiologische Fuck, äh. Fuck. Florian. Oben, was seh ich die ganze Zeit fallen? Ich hab mein, äh, ich hab mein Essen vor 20 Uhr nicht geschafft. Mein Beileid. Ich habe ne Pizza vor dem Gespräch gegessen. Oh nein! Bei mir Leute wissen immer noch, das heißt, ich kann immer noch nichts sehen. Ja, ich hab dich außerdem mit runtergezerrt, dabei will ich eigentlich nur versuchen, dich mitzunehmen. Wuhu. Ah. Ähm. Hochheben. Ich kann dich hochheben. Nevermind. Lauf nicht in den Abgrund. Lauf nicht in den Abgrund. Ah. Ah. Vibe-Track. Ich kann keine Vibe-Tracks im Jenseits machen. Hell ja, ich kann dich fucking hochheben. Wäre noch schön, wenn ich dich auf etwas legen könnte. Oh ja, ich hab dich ne Plattform hochgebracht, dass ich, äh, ja. Aber die Plattform, das bedeutet nichts viel. Oh. Was? Ah, man darf ja das Rote nicht berühren. Fuck. Oh, oh, oh. Oh, das ist was? Lach dich los, du. Lach dich los, du. Ich werde dich jetzt umbringen. Für Maria. Und Josef. Jaaaa. So, das Rote nicht berühren. Okay. Ist mir passiert, also pass auf. Jaaaa. Oh ja, du kommst hierher. Oh. Wir haben gerade, wir haben gerade die Dimensionen gerade durchbrochen. Das war das allererste Mal jemals, dass JumovFlapper irgendjemanden gelegt hat. Es hat nur gelegt. Oh, diese rote Wand. Pioniere. Pardon. Liedel. Doch, man kann sich festhalten. Guck. Watch me. Aber warum kann ich denn nicht so hoch springen hier rauf und fall dann instill runter? Oh Mann. Ah. 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 Das geht einfach gar nicht hier. Mann. Frau. Andere Geschlechter. Du hast auch Schwierigkeiten hochzukommen, oder? Ich warte. Ich hab Schwierigkeiten. Shut the fuck. Lass mich los. Lass mich los, du. Pädobär. Haha. Der denn? Pädobär. Ein Bär. Ich bin mal ne. Miner. Miner. Wie der für ein Penis als Männerjährigen. Die Miner. Ach komm, ich erlöse die Lidschperz. Komm hier rüber. Kommt man von. Daniel. Daniel guck mich an. Ich weiß, was ich hier mache. Wack. Ich freu mich auf den Sounddesign. Ich freu mich auf den Sounddesign. Oh nein. Nein. Ne. Wir müssen die Brücke rüber bauen. Als färden wir ähm. Bob der Meister. Du hast sogar passenderweise in Mütze. Also ich mein, unpassend ist es nicht. Bob der Baumeister. Ich will, ich will Bob der Baumeister Trap Remake. Sonst gibt's da Anzeige. Keine Sorge. Weil ich will, ich will hier dann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das die Taktik? Genau das bin ich. Warte, warum kann ich? Okay, das kann ich schieben. Okay nein. Oh mein Gott. Könntest du vielleicht da draufstehen? Ja. Ich steh mal jetzt drauf. Epp. Oh nein. Sorry, warte nochmal. Ich wei- oh. Es ist durchgeklippt. Eins. Versuchen wir mal das hier. Na. Flo. Das Teil ist aber nicht runtergefallen. Das ist geil, ne? Nee, 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 nee. Okay, äh, die Frage ist jetzt so. Ja, wir kommen rüber. Bleib mal da draufstehen. Hier direkt an der Seite. Also kommt perfekt an der Seite. An der Seite meinst du an der Ecke? Habe ich ne Idee. Das aber jetzt nochmal. Ich hab mich kaum bewegt, also probier's ruhig nochmal. Es wird, es wird funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich versuchen sollte, mich vielleicht an Boden und Stange festzuhalten, damit... Oh, 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 oh. Ein Bär. Eins von drei. Äh, warte, ja, versuch möglichst jetzt drauf stehen zu bleiben. Ich versuch's dir rüberzureichen. Scheiße. Ja, große Scheiße. Oh nein. Was? Es ist wieder durchgeklippt. Ja. Lass uns jetzt einfach fallen. Was mach ich? Was? Das ist ne Fehlte, Alter. Ich gönn mir grad den neuen Geilbeer-Zorgen, Alter. Scheiße. Scheiße. Lass auf. Das geht weiter. Okay, ähm. Ja, wie bring ich das Teil jetzt zu dir rüber? Versuche ich jetzt möglichst von der Mitte zu greifen, um dann einen auf den hier zu machen? Oder... Ja, schmeiß rüber, haha. Ne, ne, ne. Warum ist das, warum ist das gerade Peak-Comedy, was ich grad mache? Das ist ja immer noch. Ich komm nicht da rüber hin, das ist so gut. Ist doch unmöglich. Nö. Loh? Geht das von der... Komm ich an dich ran, so? Ich weiß noch nicht, von welchem Ding du... Nein! Also, ne. Warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Noch weiter nach oben. Ich hab's. Ja! Ich bin tot! Wollen wir ne andere Map? Jetzt schon? Noch nicht. Doch nicht, noch nicht. Nein! Warum ist dieses Spiel komisch? Ja, das ist halt ne selbstgemachte Map und das... Oh, ich bin schon wieder ein bisschen geglitscht. Ähm. Jetzt lauf voran. Ich? Ja. Okay. Äh. Äh! Nee! Wir katapultieren uns. Ja, ich wünschte, ich gebe zum Katapult nirgendwo auf der Map, aber von dem, was ich so sehe... Fuck yeah! Guck mal, ob's funktioniert. Ich bin zu... Ich bin zu... Ich bin zu... Du hast wortwörtlich alle von denen mit runtergerissen. Ja, ähm... So, ich mein... Jetzt... Jetzt müsste das erstens symmetrisch genug... Und möglichst gewichtig ver... Oh mein Gott, du demolierst das Teil! Okay... Okay, probiere es mal aufs Teststand! Okay, nein, das... Okay, nein, das ist... Ich muss jetzt mal ein Musikvideo machen, so mit deinen... Es ist dieser Dembe, ich hab dich... Keiner fragt, dieser wär möblich... Der ist ihm... Keiner fragt, dieser ist ein Schärfe... Der ist ihm... Keiner fragt, dieser ist ein Schärfe... Der ist ihm... Keiner fragt, dieser ist ein Schärfe... Die dieses video halt erfüllen, also mach mal! Wir sind YouTube Partner! Mehr wie wir sind reich und schwöbeln sich gerne... Unsere Test ist ganz klar... Wir schmeißen uns ein Ani aufs Service, zum Getz, ey! Der macht einen Account mit Video... 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 Es ist wie zu dem Adel mit der platzenden Kreditkarte. Ich schwimme den Internet-Geld, weil ich's verdient habe, mehr weiss... Oh, Achtung, die erste Plattform ist blitschig. Oh mein Gott, ich frag mich, ob ich ein Salto machen kann. Und... Fuck! Fuck! Oh! Nein! Flo, wie lange lädt das Green denn bitte noch bei dir? Ja, lange. Ob das doch so eine große Map ist? Nein! Okay, ich glaube, es ist faktisch bewiesen, dass so eine Art von Salto nicht möglich ist, dass ich mich an der Kante festhalten kann, um halt einen Überschlag zu machen. Man kann sich ja nicht, ist schon so schlecht... Warte, man kann mit einem Sprung halt so... So, gespawnt! Oh mein Gott! Ja, es ist geschafft! Deutschland ist jetzt wieder vereinigt. Noch mal wieder vereinigt. Wie, oh mein Gott, pass auf, rote Plattform nicht dagegen, komm nicht dagegen, komm nicht... Wie! Das ist keine glitschige Plattform, das ist einfach nur schnell. Nein, das ist nicht schnell, das ist halt wirklich glitschig. Also Eis-Plattform! Als ob du diese Kurve schaffst. Oh mein Gott, ja, spring! Ich komm nicht auf. So, ich hab die eine Plattform geschafft, so. Alter, das Spiel hängt! Äh, ja, Achtung, wieder, oh nein, rote Plattform und im richtigen Moment springen. Das ist ja fast überall glitschig, seh ich! Oder eher schnellend. Oh mein Gott! Fuck! Kann man sich an den Dingern festhalten? Dass wir einfach Sip, sieb se... Skippe da bahn! Ich frag mich, ob langsam die Methode ist. Äh, ich kann nicht greifen? Okay, ich kann nicht greifen. Das hellblaue? Ja. Weil damit hab ich auch definitiv Schwierigkeiten. Ja, man kann es nicht greifen, man kann es offiziell nicht greifen. Fernd von äh Florian, äh, den Nachnamen würdest du es interessieren, oder die Szene absolut gar nicht mal reinführen? Und, yes! So, hallo! Ahhh! Oh Gott! Sag nicht, man muss hier Anlauf nehmen! Oder nee, man kann ja auch diese Dinger straight up hochspringen. Aber warte, Anlauf macht mehr Spaß. Also, watch me. Woo! Okay, nee, man muss tatsächlich ein bisschen hochspringen. Aber das hat Spaß gemacht. Ich bin nicht mal hochgesprungen, Liptard. Wieso? Weil ich gut bin. Okay, denn? Beim ersten, nicht gerade bei dem hier, sondern... Ich wollte gerade sagen, die Dinger kann man leider nicht hochlaufen. Da killt einen leider auch die Schwerkraft. Äh, wohin müssen wir? Ach, nach da? Oder, hä? Ah, ah, ah! Oh Gott, 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 oh Gott. Springen ist übrigens hier sehr groß, äh, großartig. Oh, ah, ah, ah! Wie im Namen Jesus Vater hast du das geschafft? Oh, festhalten, springen, panisch sein, das ist wirklich das Key hier. Das Key. Oh, jetzt geht's ab. Get away, Daniel. Oh mein Gott! Get away, reißt mich bitte in den Tor. Jetzt wird, jetzt wird mal ein paar Kuh gemacht. Hier. Wie soll das, dass du auch die... Oh mein Gott! Besonders, wohin soll man? Oh nein. Ach, man kann rechts und nach links, okay. Oh mein Gott, das... Ey, das... Jeder Sprung erfüllt... Oh mein Gott, ich kann nicht aufhören, immer schneller zu werden. Das macht mir immer mehr Angst. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein! Nein! Ich hasse es, dass ich nicht greifen kann. Ja, das ist wirklich scheiße bei den hellblauen Plattformen. Der Macher ist ein Wichser. Macher, das ist eine... Kampfmannsage. One-We-One-Boxing-Match. No-Head-Gear-Towns-Graft. Oh, ich hab's geschafft, glaube ich. Also, wenn ich jetzt noch hochkomme. Diese View ist so wundervoll. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt wird's erneuern, weil jetzt sich die roten Dinger bewegen. Ah. Ich sehe nichts. Warum ist das Rot so hell? Warum hat das so ein harter Kontrast? Ich meine, du kannst das... Oh, fuck, fuck, ja, okay. Du kannst die Helligkeit und Kontrastdingens, Farbe, alles Grafik einstellen eigentlich. Oh mein Gott, der Fakt, dass die Dinger ja außen... Oh, fuck! Ja, bei mir auch. Fuck it, fuck it, fuck! Ich bin dort, ich bin dort, ich bin Gott. Bitte schafft das, bitte schafft das, bitte schafft das, bitte schafft das. Ich bin... Fuck you, Alter. Mit meinem Arsch. Jetzt spielen wir eine Runde CSGO Surf-Leafy-Kommentary. Ich bin so alt. Literally, he's 40 years old. Und wir sind durch mit der Leafy-Passage. Nein! Oh, fuck. Oh, see, can you see? Michael Jackson Black. Ja, ich komme jetzt hierher. Per Tod. Hey, ja. Okay, das ist jetzt CSGO Surf. Das kann mir jetzt keiner sagen, dass das jetzt nicht CSGO Surf ist. Okay, ja, dann kannst du wieder den Leefi zurückbringen. So get back, relax, get some popcorn and let's pop, 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 pop. Play that shit. Fluff hat neu so getweetet, ich habe realisiert, dass Leefi existiert und jetzt ist mein Tag ruiniert. Ich habe das auch mitbekommen. Und honestly same. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist sehr anstrengend. Nein, nein, nein. Ich hasse Leefi so sehr. Ohne ihn würde dieses Sales Go Passage nie geben. Die hat Sales Go Surf erfunden. Ah ja, stimmt, ich vergaß. Nein! Shhh. Wenn dieser Passage ein Wort hätte, wäre es literally. Ich bin am See und bin ziemlich breit, ich bin tot. Ich bin ein bisschen weiter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Uh, 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 uh. Mach Uga, Uga, komm. Uh, uh. Ich habe es geschafft. Ich bin ein kleiner Buhr in Sohlein. Oh Gott, das sieht nach Angst aus. Ah, das sieht aus wie ein... Das sieht aus wie ein Albtraum. Keiner, aber machbar. Daniel, du machst das. Eigentlich kann ich überhaupt nicht ruhig bleiben und mache ein Sild mit... Nein! Das war so kurz vor Ende. Der Maker ist so ein richtiger Mario Maker Maker. Das ist eine Beleidigung. Wie hast du das über... Wie machst du den Sprung? Ich verkack bei dem Sprung, weil ich mich nicht festhalten kann. Ich habe kein... Ja, ich kann mich auch nicht festhalten und I don't know, was ich mache hier. Ich gebe dir Hope von... Ah, 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 ah! Weiter, 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 Flo. Weiter, nein, 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 nein. Oh, wir sind noch drin, wir sind noch drin. Weiter, weiter, weiter. Ich gebe dir Hope von... Aus und außerhalb. Ah, 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 oh mein Gott. Das ist der Run. Das war der Run. Oh, komm runter. So, jetzt wird es ein bisschen nervig. Oh, jetzt wird es nicht nur nervig, jetzt wird es einfach nur cringe. Wie liebst du so Deutschland? Bringen wir die Frage nicht hoch, wir sind ja fertig mit der Passage. Neues Thema. Muss man einen auf 10 machen und irgendwo hier drinne? Irgendwas sagt mir, dass es einen anderen Weg gibt. Denn der andere Weg ist halt lange und aufwendig die ganze Zeit ans Ende ran und dann halt immer runter. Aber ich will wie gesagt einen guten Run haben, wo ich ein paar übersprungen habe und dann das... Ja, sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ein Stück, ein Stück, ein Stück, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, da ist Flo, wir haben die Passage hinter uns. Wooo! Oh. War das eine Frage der Perspektive oder was ist hier gerade los, Julian Bam? Ja, jetzt mal ehrlich, Sonic sprechen da als Julian Bam. Fick! Julian Bam spricht Sonic, ah! Sonic spricht Julian Bam. Sonic... Nein! Ah, nein! Ey, wie schafft man das? Boom! Mein scheiß kleiner Fingerspitzenagel war der Grund, warum ich gerade verkackte. Und... Ich habe es geschafft, so. Weiter! Ja, das sieht jetzt nicht schwer aus, glaube ich. Oh. Was? Was passiert bei mir gerade? Warum kann... Warum... Warum... Ich habe es auch nicht so rein. Warte, ähm... Oh, du bist auch gerade so am stehenbleiben. Ich mache mal Low Checkpoint. Müssen wir so herausfinden, welche wir nicht besuchen dürfen und welche schon? Weil das wäre richtig schlechtes Level-Design, obviously. Hä? Hä? Ich war auch gerade drauf. Hä, ich auch! Okay, nochmal. Fuck, 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 bitch, bitch, bitch! Und? Hey! Heyy! Das ist richtig lustig. Hi! Ja, oh. Ja, äh. Umstuck. Ja, dann war's, eh. Los, raus, raus, raus. Wie komm ich da raus? Auch eine gute Frage. Ich fang an zu denken, dass man irgendwie auf das Teil springen muss. Anstelle von... Okay, nein, Fing. Keine Ahnung. Man kann ja nichts anfassen. Warum hat er... Bang! Ja, Deal wird frei. Warum, warum kann man nicht greifen? Ich hasse es. Wah, nee, 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 oder? Ist das auch eine Option? Ich könnte, ich kann schwingen. Oh, bitte sag, dass das klappt. Mach Climbcheat und du hast einen Climbcheat. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Flo, ich glaube, ich habe es dich ab. Guck mich an, guck mich an, ich bin ein Boss. Guck mal, ich rolle jetzt zum Save-Punkt. Ohne was zu machen, Alter. Guck me your fucking money! Daniel? Ja? You know what? Wir haben die Map geschafft, da hinten ist eh die Endcredits-Scene oder sowas. Wir haben es geschafft. Ja, noch abschließende Worte? Ähm, subscribe. Ja. Yes. att da zehn Monate abble, sie sind tollstver 거무. Gerade Maya. So. Jetzt sind große跳be. mieck da sind. Seine. Sie können. Nein. Für Wellington werde ich.